Am Dienstagabend hat es in Senftenberg gebrannt. An der Ackerstraße stand der Keller in einem leerstehenden Wohnblock in Flammen. Unter schwerem Atemschutz musste die Feuerwehr die Brandbekämpfung aufnehmen. Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Unrat und Möbel waren im Keller angezündet worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.